guten morgen sonntag der tag nach wettkampf ja da ist er habe die deutsche meinschaft gewonnen in der super gut extrem klasse in der schwersten klasse schwersten jungs aber hat nichts zu sagen gehabt die qualität hat vor qualität gesiegt die qualität vor quantität und so sollte das auch sein so jetzt haben wir noch eine ganze woche eine woche bis zur universum mal die findet in baden bei wien statt 25 nationen im stadt macht nichts wir geben alles das auch dort gut abschneiden und somit haben wir noch mal eine harte woche vor uns aber kein problem wir geben alles und somit wie ihr sehen könnt format gepasst time hat gestimmt so soll es sein schönen sonntag